Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Ich bin immer noch in Arena 8, obwohl ich sogar mal fast bis Arena 6 runter war. Das lag aber daran, dass ich die Krontruhe ganz hart befüllt habe und habe ein Match nach dem nächsten gemacht. Egal wie viel Thron bzw. Kron da dann abfiel, ich wollte einfach wieder richtig viel da reinfarben, weil es gibt auch richtig gute Rewards dort. Welches gute Reward ich diesmal aus der Truhe gezogen habe, sehen wir hier unten. Ich habe nämlich den Bowler bekommen. Richtig schöne Karte. Muss ich mal sehen, wie ich die einsetze. Ich habe auch ein bisschen Geld bzw. Gold ausgegeben. Ich habe den kleinen Eiskreis hier gelevelt, den Ice Golem gelevelt und noch so die eine oder andere Karte auch in meinem aktuellen Deck. Das ist dieses hier und ich würde sagen, wir machen eben diese eine Truhe auf und gucken mal, was wir mit dem Deck reißen oder auch nicht reißen. Ich habe ein paar Testangriffe eben im Clang gemacht, die waren nicht so gut. Muss ich sagen, mit dem Deck aber mal sehen, ob sich das in Arena 8 noch hält oder ich vielleicht ein wenig an meinem Deck verändern muss. Wir gucken mal. Ich warte jetzt erst immer ab, was der Gegner macht, weil ich möchte immer ganz gerne einen Gegenpush machen und der gelingt mir natürlich nicht, wenn ich vorher schon zwei, drei Karten ausspiele. Er kommt ja jetzt schon mit dem Magier. Da tue ich mich jetzt nicht wirklich schwer mit. Aber der Päcker, der könnte mir schon ein bisschen gefährlich werden und der Magier vor allen Dingen dahinter. Das ist schon eine ziemlich heftige Kombi, weil der Magier sicherlich direkt auf irgendwas ballern wird und ich muss hier mit allen Mitteln versuchen, den Päcker aufzuhalten bzw. dieses Pärchen hier aufzuhalten. Das ist mir ganz gut gelungen. Ich ziehe die Musketierin hinterher und die Musketierin und noch die Bogenschützen hinterher. Dann machen die vielleicht noch den einen oder anderen Hit auf den rechten Turm und wir... Ach, er frießt meine armen kleinen Bogenschützen. Was? Scheiße. Egal. Jetzt wissen wir zumindest, was er an Zauberimpeto hat und warten jetzt gar nicht, bis er den Päcker fertig hat, sondern wir ziehen gleich weiter durch. Der Hock muss irgendwo durchgehen. Einmal kurzen Knall auf den Magier. Das zumindest geht dann Einschlag von meinem Schweinereiter mehr durch, auch wenn der Knall jetzt nicht so viel bringt, aber das Ding ist natürlich wieder richtig scheiße. Da hauen wir aber erstmal jetzt den Feuerball rein und ziehen jetzt ruckzuck. Na komm. Ah, da ist das. Ah, scheiße. Jetzt habe ich die gesetzt. Der war schon weg. Na, egal. Mist. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass er diesen beschissenen Flunke im Deck hat und den soll er auf jeden Fall nicht nochmal ziehen. Da muss ich jetzt für sorgen. Ich weiß nur nicht, wie ich jetzt pushe oder wie ich jetzt kontern kann. Wir gucken mal. Ich ziehe jetzt aber auch mal lieber die Karte vor. Wir haben noch eine Minute, gehen gleich schon in die finale Minute rein, wo es hier das Doppel-Elixier gibt und jetzt zieht er natürlich schon richtig krasse Sachen hinterher. Da kann ich gar nicht mal so gut kontern. Und jetzt natürlich noch der Päcker auch noch dahinterher. Okay, aber ich muss das wie folgt normal wie eben auch machen und muss hier jetzt mit den Skeletten rein. Sonst halte ich diese drei nicht auf. Und das ist scheiße so. Oh, jetzt kommt der natürlich. Ah, na komm. Geh da hinterher. Ich kriege. Na komm. Kein Schlag drauf. Okay. Das ist blöde gewesen. Dann müssen wir die beiden erstmal wieder aufhalten. Und natürlich den Magier. Der muss weg mit dem Feuerball am besten. Haben wir nicht geschafft. Okay, dann müssen wir den jetzt so aufhalten. Und nein. Ah, scheiße. Dieser beschissene Päcker, ey. Was kotzt mich das an? Na, egal. Na, so fängt es. Na ja, gut. Okay. Ist nicht so tragisch. War ein starkes Deck auch vom Gegner. Ja. Und ich lasse die Folge so lang werden, bis ich mindestens hier unten einen Platz gefüllt habe. Und ja, so wie ich das die Tage eigentlich abends immer gemacht habe, immer mal ein Stündchen voll durchgeballert hier. Und das war ja nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe über 200 Kronen in die Truhe eingespielt. Das war richtig viel Gold. Und wie gesagt, das waren auch gute Karten. Mein Gegner macht jetzt irgendwie gar nichts. Okay, jetzt kommt er auf der Seite mit der Hexe. Da können wir kontern. Ach nein. Ich hoffe, ich habe nichts gesetzt. Das wäre nämlich jetzt scheiße gewesen. Ich setze hier den Feuerball rein. Um hier gleich ein bisschen zu pushen. Weil er kommt mit dem Barbaren jetzt auch nicht so wirklich weit. Ich hoffe, dass ich meinen Sepp rechtzeitig habe. Nein, ich habe ihn nicht rechtzeitig. Hätte ich vielleicht noch eine Sekunde länger warten müssen. Aber meine Musketierin geht noch durch. Jetzt kommt dann natürlich dieser bekloppte Werfer. Aber den halten wir noch auf. Zwei Bogenschütze hinterher. Und meine Musketierin macht wenigstens ein, zwei Hits auf den Turm. Die werden auch ein, zwei Hits hoffentlich schaffen. Nein, schaffen sie natürlich nicht. Da muss ich hier mit meinen Skeletten so ein bisschen ablenken. Und hier mit den Örnys von hinten rein. Und damit mir die vier nicht zu nahe kommen. Denn die sind gar nicht mal so schlecht. Allerdings kontert er jetzt mit Lakaien auf Level 9. Die muss ich hier mal kurz ablenken. Zumindest die eine Seite. Das wird die Musketierin in jedem Fall schaffen. Oh, nee, wird sie nicht schaffen. Da muss ich die beiden eben mal mit einem Knall noch behandeln. Und komme ganz easy peasy hier mit meinen kleinen Bogenschützen. Die kosten nur drei. Und machen vielleicht ein, zwei Hits auf den Turm. Je nachdem, was er dazwischen setzt. Okay, da setzt er die. Dann muss ich natürlich schon meine Armee hier setzen. Jetzt muss ich nur zusehen, dass ich da hinten die, diese hier zukriege. Ach, nicht geschafft. Schade. Jetzt kann er natürlich hier kurzerhand mal durchziehen. Dann muss ich hier einen Feuerball nehmen. Das war doof. Ach, also dieses Spiel, manchmal ist es echt nichts für mich. Egal. Er muss jetzt auf der anderen Seite kommen oder er geht auf meinen mittleren Turm. Das heißt, ich kann sauber hier mit der Matsche hier durchziehen, weil auf der anderen Seite kriege ich in jedem Fall was weg hier. Und mein Hock geht relativ gut durch oder auch nicht so gut durch. Mit der Hexe ist er sehr stark. Und auch mit dem, mit dem, naja, jetzt pusht er natürlich hier durch. Jetzt werde ich keine Chance mehr haben. Das Ding ist verloren. 3-0 denke ich mal. Mal sehen, ob ich wenigstens noch ein. Krönchen hohe. Aber er kommt da gleich wieder mit dem Dreierprinzen. Der macht natürlich auch Schaden. Und die vier hier unten lassen wir jetzt durchlaufen. Das werden wir nicht mehr einholen. Zwei Kämpfe gemacht, zwei Kämpfe verloren. Egal. Okay. Ja. Ich bin aber jetzt, ich glaube, ich bin jetzt auch wieder aus der achten Arena raus und bin wieder in meiner Lieblingsarena. Das heißt, da ist sie wieder. Das heißt, ich kann mich wieder ein bisschen hochkämpfen. Das habe ich die letzten Tage ganz, ganz oft gesehen. Wir machen noch einen und dann belassen wir es auch dabei. Weil vielleicht ist es jetzt auch nicht der richtig gute Zeitpunkt dafür, um Clash Royale zu spielen. So, er kommt hier gleich mit so einem Scheiß. Das kann ich natürlich gar nicht ab. Den muss ich einfach nur ablenken, dass der... Ah, das hat bei den Bogenschützen ganz gut gemacht. Okay. Dann hauen wir hier gleich. Wir pushen sofort. So, da ist mein Sepp hoffentlich jetzt auf den Magier wieder, damit der ein bisschen weniger oder damit der wenigstens einmal weniger feuert. Und meine Elite-Barbaren sind jetzt aber ganz gut durchgekommen, muss ich sagen. Ja, gegen den muss ich mich jetzt mal ein bisschen weiter von etwas weiter hinten wehren. Und damit die jetzt richtig Feuer kriegen, muss hier ein Feuerball rein. Das geht nicht anders. Sonst schaffe ich das nicht. Und ich schaffe es gar nicht. Sonst schaffe ich das nicht, sondern ich schaffe es gar nicht. Okay, dann müssen wir mal sehen, was wir jetzt nachziehen können. Die Leute haben echt teilweise starke Decks hier, wo ich manchmal nicht wirklich weiß, wie ich mich dagegen wehren soll, weil die rennen einfach so durch. Ja, da setzt man dann irgendwas dahinter. Und die kann man ja irgendwo nicht so wirklich stoppen. Jetzt haut er mir da hinten aber einen... Den knall ich zumindest kurz nochmal weg. Und jetzt wird es natürlich schwierig, an den Turm da hinten zu kommen. Aber welcher auf jeden Fall weg sein muss, ist der Magier. Der Magier muss weg. Und da konnte ich mich jetzt nicht anders wehren, damit wenigstens der Riese jetzt nicht ganz so weit, beziehungsweise damit der Riese nicht irgendeine Unterstützung erhält. So, der muss durchgehen. Macht er auch wenigstens ein, zwei Schläge. Nein, er macht nur einen Schlag. Das ist zu wenig. Dann müssen wir hier kontern. Und gucken mal, dass wir wenigstens noch so ein bisschen was reißen. Ich meine, wenn wir wenigstens einen Turm hier reißen, ist es ja auch schon nicht so schlecht. Jetzt haben wir die mal im Nacken und könnten eigentlich jetzt gut durchkämpfen, gut durchfighten, auf der Seite zumindest schon mal. Dann hauen wir das mal auf der Seite hier rein. Die seppen wir kurz mal weg, damit unser Schweinereiter hier durchkommt. Und so war das schon mal der. Und weil das so viel Spaß macht, hauen wir jetzt hier in die Mitte. Wir sind durch. Jawohl, das reicht. Damit habe ich wenigstens in dieser Folge einen Drei-Truhen-Kampf gewonnen, beziehungsweise einen Drei-Türme-Kampf. Und bin wieder, wie so häufig, auf dem Weg zu Arena 8. 2.277, 23 noch. Das heißt also, der nächste Kampf wird dann wahrscheinlich schon Arena 8. Aber den mache ich jetzt erstmal nicht. Wir lassen hier eine Tour laufen. Und das war einfach mal wieder eine Zwischenfolge. Da ich es nicht so oft spiele, verändert sich hier natürlich auch nicht so wirklich viel. Aber ich habe noch ein paar Decks hier im Test. Da habe ich mal ein bisschen angetestet. Und sind aber schwierig zu spielen, muss ich sagen. Teilweise schwierig zu defensen. Deswegen ist dieses Deck hier im Moment mein Lieblingsdeck. Vielleicht kann man hier noch was austauschen. Muss ich mal sehen. Nach wie vor fehlen mir ja noch so ein paar Karten. Hier unten kann man das ja in der Gesamtzusammenfassung finden, welche ich noch nicht gefunden habe. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Das sind teilweise Schlüsselkarten, wenn ich an den Eismagier denke. Oder Elektromagier heißt er, Entschuldigung. Oder auch an den Eismagier. Das sind teilweise schon Schlüsselkarten im Spiel. Vom Holz will ich gar nicht reden. Das mag ich ja gar nicht. Und ich mache einfach ein bisschen weiter Clash Royale hier. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge, wenn der Thorsten wieder Clash Royale spielt. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.